So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, kommt heute Teil 2 von Teenie Violettas Zukunft Display. Ich habe das letzte Mal die Hälfte schon aufgemacht und jetzt kommt die andere Hälfte. Und dann habt ihr alle Karten gesehen, die in so einem Display drin sein können. Also, wie gesagt, wird das jetzt ein etwas längeres Video, aber das stört ihr alle Violettafemstere so nicht. Und wie gesagt, ihr kommentiert mir auf jeden Fall, wie ihr die Serie findet, was ihr davon haltet und, und, und. Und vor allen Dingen, haupt ihr sie selber sammelt, haupt ihr den Film gesehen habt. Ganz egal was, etwas hochwertiger, hier könnt ihr und hier sollt ihr alles posten. Und wie gesagt, wo ihr euch so ein Display sicher und bequem bestellen könnt, werde ich natürlich immer unter dem Video versuchen zu verlinken. Das auf jeden Fall sicher und bequem, aber haupt es günstiger ist, sie sind ja brandneu und aktuell, müsst ihr immer selber schauen, ob das für euch passt. Habt ihr euch das Geld wert ist? Ja. Wenn ich euch das etwas zu schnell mache, drückt immer wieder auf Pause, wenn ihr die Karte länger oder das Kartenmotiv länger genießen wollt. Weil ihr wisst ja, einige Booster sprengen immer meine Lieblingsvideezeit. Aber, für euch mache ich das mal, haupt ein paar schöne Karten dabei. Wichtig ist ja, dass ich meine Sammelmappe vollkriege, dass ich euch vielleicht ein paar Kartenmotive zeige, die ihr vielleicht noch nicht habt und darauf euch dann freuen könnt. Also der, was ist das denn für ein Vogel oder Typ, kenne ich überhaupt nicht. Sagt mir nichts. Wer den kennt, kann mir ja auch mal schreiben, was er für eine Rolle spielt. Er passt irgendwie gar nicht dazu, zu Bioletta. Finde ich. Und ich kenne wirklich die Filme nicht oder sonst was. Ich kenne nur die Boosterkarten und Stickers. Ja. Die Hälfte habe ich jetzt, nach diesem Booster. Ich hoffe dann mal, dass ich mein Stickeralbum dann noch, ach, Stickeralbum sei schon, mei, ich habe Boosterkarten in der Hand. Meine Booster-Sammelmappe vollständig kriege. Ah, das ist, man kann sich ruckzuck versprechen, wenn man so viele Projekte hier noch liegen hat. Hier neben mir liegen jetzt die ganzen Sticker-Sammelmappen und, und, und. Deswegen, bevor ich sie mal wegräume, da mache ich immer kurz ein paar Tütchen auf, vor die Kamera. Es gibt ja vielleicht doch der eine oder andere, der sich dafür interessiert. Ich mache natürlich auch Sticker oder Boosterkarten auf, ohne aufs Knöpfchen zu drücken. Alle, was ich öffne, mache ich ja doch keine Videos von. Also, dann wird das zu viel, was ich persönlich finde. Ja. Ich sag mal so, da sind doch jetzt ein paar Motive dabei. Die ich noch nicht kenne. Und dann alle Zuschauer da draußen. Ja, es ist gleich soweit. Dann werde ich das letzte Booster-Tütchen von Teenie Violettas Zukunft öffnen hier. Wenn es euch jetzt auch schon zu lang ist. Aber, ab und zu kommt man nicht drum herum. Ein langes Video zu machen. Die haben wir jetzt zusammengeklebt. Aber, hatte ich eh schon Drei Booster-Tütchen noch. Dann habe ich es und ihr es dann geschafft. Und wie gesagt, Wer sie auch sammelt, wie ihr sie findet, alles unten in die Kommentare reinschreiben, wie vollständig euer Sammelordner schon ist. Und ich versuche natürlich, unter dem Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Wie gesagt, günstiger müsst ihr selber immer schauen. Kann ich gleich erstmal wieder alle Karten sortieren. Und hoffen, dass die eine oder andere dabei ist, die ich nicht habe. Hm? Ich habe gedacht, das wäre eine limitierter. Das weiß ich doch nicht. So, und das ist sie nun. Das letzte Booster-Tütchen aus meinem Display von Teenie Violetta zukommt. Da sind aber auch schon einige Doppelte dabei. Also, das waren sie jetzt nun. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Motive zeigen, die ihr noch nicht hattet. Das war jetzt ein ganzes Display in zwei Teilen. Wie gesagt, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt, werde ich unter dem Video verlinken. Wenn ihr noch Interesse habt, dass ich noch weitere Booster öffne oder Display, ich habe noch zwei Display von Teenie. und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.